ab dem ist die zähne hollade herrl aber es ist eine neue runde der rallye ab dem sound ein bisschen angepasst und wir machen da weiter wo wir es jetzt mal aufgehört haben ja genau äh ja ich möchte das hier noch bisschen umstellen nein keine zeit mehr gut anpasst so anderen teilnehmen ja leute hier haben wir das letzte mal aufgehört ich hoffe der sound ist nicht zu laut ich habe ihn jetzt extra ein bisschen runter gestellt ja ich weiß dass das auto hinter mir die jogger runter genommen hat dann schauen wir mal ob das mal hier ein bisschen besser sind als im letzten video hier runter aber soo irgendwie komme ich heute besser damit zurecht als das letzte mal nein nein Ayo, Leute, zu einer neuen Runde Dirt Rallye. Das habe ich gerade eben schon gesagt, aber trotzdem weiter geht's. So, ich hoffe, diesmal läuft es besser als das letzte Mal. Ich werde jetzt schauen, dass ich immer feste Termine für feste Spiele habe. Weil das Durcheinander, das will ich nicht mehr. Sondern ich will einfach es sagen können. Montag, LOL. Dienstag, wegen mir auch nochmal LOL. Mittwoch irgendwas anderes. Donnerstag und Freitag Dirt. Samstag, Sonntag, mal schauen. LOL oder Minecraft oder was auch immer. Was meinst du, Junge? Nein, scheiße. Scheiße. Jetzt ist mein Kühler noch kaputt. Mein Kühlwasser läuft aus, glaube ich, oder so. Ja, jetzt ist mein Auto ganz kaputt. So, Leute, das Rennen geht weiter. Ich hoffe, diesmal läuft es besser als das letzte Mal. Also, bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich bin ganz gut durchgekommen. Hey, was willst du, Junge? So. So. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber ich konzentriere mich gerade eben richtig hart. Trotzdem brauche ich so eine Scheiße. Ah, da habe ich schon wieder einen Platten. Leck mich, Marsch. So, nächster Versuch. Leute, es geht weiter hier. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt hier. Weil mir macht das richtig viel Spaß. Das Spiel, mal schauen. Vielleicht werden sich noch ein paar andere Leute holen, dass ich mit denen dann Multiplayer spiele. Ja, genau, Junge. Regen mich doch noch mehr ab. Mal habe ich wieder gelenkt und gebremst gleichzeitig. Das darf man in dem Spiel einfach nicht. Nein, schon wieder. Leck mich doch am Arsch. Ich muss da mal dran denken, nicht gleichzeitig zu längst und zu bremsen. Ich bin bei dem Scheißvetter. Ich habe mich schon mit Gitter. So, diesmal schaffe ich es jetzt, ich stelle diesmal nicht neu. Oder vielleicht auch schon. So, last try. Wenn es irgendwas ist, fahre ich ja in einem viertel Rennen weiter. So, das war's. Ah. Ich hätte viel früher aufs Gas gehen können, dann wäre ich um die Kurve rumgekommen. Mein größter Feind hier in dem Spiel ist einfach die Bremse. Fuck! Da konnte ich gerade noch's auffangen. Fuck! Das ist endlich mal gut um die Kurve rumgekommen. Ja, ich weiß, dass ich noch in den Schocker runterfahren muss. Hoffentlich verkacke ich jetzt die Kurve Runde nicht wieder. Also, Zucker, hätt' ich. Muss man es schneller nehmen können? Ich nicht. So, danke für euch vorbeilassen. Eigentlich finde ich die Strecke voll cool. Ui, endlich mal geschafft, das Rennen. Oh, meine Güte. Okay, das Rennen muss ich jetzt gewinnen. So, was ist denn hier? Die Räder sind sehr niedrig. Das Gegriebe ist sehr niedrig. Der Motor ist sehr niedrig. die Rennen ist sehr niedrig. Die Frage ist, fahr ich gerade aus oder fahr ich in den Schocker. Ich fahr Jocker runter. Ich fahr in den Schocker runter. Boah, meine Güte. hin. So jetzt hier im Finale denke ich mal. Wir starten ganz vorne. Bind ich recht nice. Oh Gott. Junge. Ich will die einen einfach crashen. Kräftig. Fuck. Wenn man wieder verbrennt ist, das gibt es doch nicht. So Leute, hier im Finale jetzt endlich. So. So Leute, jetzt im Finale hier. Ich hoffe, ich werde das Rennen gewinnen. Boah, meine Güte, warum fang ich mir dann auch immer hier drauf? Leute, im Finale. Los geht's. Meine Güte, leck mich ja mal. Das Finale jetzt. Letzte Rennen hier. Erstmal. So. Boah. Da dritt nebeneinander. GG. Ich hab das Gefühl, dass die besser durchgekommen sind als ich. Leck mich am Arsch. Endlich mal besser durchgekommen durch diese Scheiß-Kurve. Ich kriege ich ja. Danke für die Federung. Es war zwar nicht fair, ich weiß Leute, aber ist mir egal. Und das war genau das, was ich ja nicht kann. Ab hier nach oben im Berg. Oh mein Gott, gerade noch so Glück gehabt. Ui, war knapp. Na gut, fahren wir halt hier hoch, da gibt es ja keine Strafe. Oh Gott! Scheiße, ich wollte die Joker runterfahren. Also doch nochmal nur starten. So. So, komm. Ich will dieses Rennen einfach gewinnen. Oder zumindest aufs Test. Ja genau, dräng mich doch ab. Ja, dann überschlägt's mich. Straf 15 Sekunden, weil sie überschlagen hat durch den Arsch. Ich meins auch. Ja, schön ist mir egal. Ich muss ja auf der Strecke wieder besser fahren. Die Rennen kommt jetzt ab. Ob du dir so die Konten schlägt, deine Konten geschafft hast. Nein, hab ich nicht. So, komm. Ich geh hinterher, den krieg ich. Farben vorbei. War auch vorbei. Klar, ich hab die Kurve geschnitten, ich bin nur rübergerutscht. So. Okay, ich sollte damit aufhören. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, komm. Runde der erste jetzt überrunden wir. Runde der erste jetzt überrunden wir. Jetzt machen wir Runde 5 und 8. Moment dritter. Ja, so. Ja, so. Die beiden müssen aber beide noch in die Joker runter. Fuck. Das hat mich schon wieder ewig viel Zeit gepostet. Ich fahr grad richtig scheiße, muss ich sagen. Ich fahr grad richtig scheiße, muss ich sagen. Ja. Klar, schneidende Ecke, Alter. Ja. Ja. Ich fahr dauerk. Ich fahr das so schön in der Abstand zu sehen da hinten. Und dann baue ich wieder so eine Scheiße. Fuck. Nein, jetzt verliere ich auch noch Plätze, weil ich scheiße mache, Alter. Was, ein Spastifor, in dem ich da überschlagen habe. Also ich kriege da eine Zeitstrafe dafür, aber er kriegt nichts. Fuck. Fünfter wahrscheinlich oder sechster. Fünfter. Fünf und vierzeih Sekunden. Okay, Leute. Das war's mit dem Spiel erstmal. Hab keine Lust mehr. Ja. Also. Ciao.